jetzt haben wir hier munition immer gut ja wer war leid denn hier noch der fette kotz bockner ja das ist scheiße den habe ich doch gemein weil die von überall schießen und dahinten schießen auch schon wieder der fetter kommt so langsam wieder hier rüber wenn er ruhig herkommen jetzt schießt auch hin alle jedoch sauf davon ja ja weil das schlimme ist das schlimm ist ich habe da kommunizieren und das mit durchschießen die missionswaffe ist sowieso nachher weg haben wir denn hier noch kohle oder hier ist noch eine leiter bei mir ein bisschen munitionen sammeln da warst du schon da doch das auch die eine waffe weggenommen genau damit wenigstens geldlich gleich bleibt ungefähr das stimmt wenn ich gesagt was teures dabei dann hätte ich gesagt kommen kannst du oder was brauchbares aber da hinten werden auf jeden fall auch noch welche sein ach so die munition alles klar ja das könnte sein weil hier auch noch ein klo ist oh warte was haben wir da munition ach hier was für die sirene hier vorne ja warte kurz ein wahlmord an der tür du warst das nicht oh heul doch oh jetzt reicht es wieder das ist noch einer der mir auf den sagt gehen muss kippen wie auch so sagt es hier denn gar nicht naja ich habe zu machen scheiße komprennen meint man mit der schweizion er hat sich selbst in die luft geht der sich echt selbst in die luft gejagd eben nicht sicher nichts neues bei denen eine größte kristin schilder bist du hier oben hat sie merken wohin und hier ist eines nahkampf wenn das explodiert korrosionsschaden oder maximal gesundheit nach dem mann größere kapazität verringert aber die gesundheit nehmen sich beide das eine waren billiges in der mitte ja mein ding ist voll nämlich beide mein ding ist voll fallen lassen hier so eine scheiß pistole noch so im wasser so im klone aufgehoben da war nicht wirklich bei mehr ich also so ein klassending dabei war ne das hätte man doch dass du für eins mit klassen mod ja diese modus in sirene sirene ja dann ist ja dann ist ja so ein schaden das ist ja für dich und welches habe ich dann die feuer schaden plus 90 prozent bei dir und ok ja da war noch überall was haha ich sehe es wo es ja unbedingt jetzt hochkommen ja das kann dann können wir immer noch ja ist hier nix mehr schade ne alles alle modus dinge sind immer gut aber wir müssen auch noch verkaufen kaum platz noch weiß sind zum beispiel wieder voll vorher noch was ne da hab ich doch gesagt da sind dort drei billige waffen gewesen einer habe ich doch gerade weggeschmissen ne ich meinte auch nur munition und so noch ach ja hier ist die mission mit dem mit dem briefkasten ich glaube wir können sogar gleich verkaufen ja müssen wir zum dock runter nach wieder können wir später machen ne ich glaube wenn wir jetzt zum dock runter gehen dann können wir verkaufen oder beziehungsverkaufsstation ne ich glaube wir müssen sogar strom jetzt anstellen dafür anders ja müssen wir ja aber ich glaube das lässt sich auch schnell einstellen aufgezeichnete nachricht beginnt endet oh du hast das happy pigmotei gefunden was die bladstands haben den laden ordentlich aufgemischt nachdem roland sie aus sanctuary vertrieben hat wenn du die dampfpumpe reaktivierst kannst du vielleicht alles wieder einschalten ok war hier und ich glaube wir müssen irgendwas holen oh mann die dampfpumpe machts auch nicht ich verstehe und ich erkläre dir jetzt ganz langsam was zu tun ist damit du es ausprobierst bereit das ding ist total im eimer such nach ersatzteilen von anderen punkten in der nähe des motels nein also mit das den mann da können wir wenigstens verkaufen ja ja hier vorne ist doch ja hier vorne ist doch eins mhm da waren noch irgendwelche ja ha 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 auch vorbeigelaufen ich bin schon da ja da das ding da oben mal jetzt kommt da laufen hier mal da 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 das einzige Problem bei der Wachfelses das verdammt lang zu nachher da da ich habe ich gerade auch möchte mit vollem nein bei diesen letzten fischern hier hinter mir war einer musste bei stepp noch mal endlich aber der lässt sich ganz schnell da 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 geht so arschlange nach da muss ich unbedingt was machen mhm dann mach mal mhm da der andere da müssen wir glaube ich fahren ne oh nein jawoll ein badass jawoll jetzt geht's wir hätten das fahrzeug mitnehmen sollen da je hast mich nicht getroffen hast mich nicht getroffen ok jetzt rotz ich ihn weg hier die blöde kackwurst hier komm her du blöde kackwurst mach dich kaputt ja ich kann das ding nicht auf ihm weil ich wieder voll bin das ist doch ne frechheit kackwurst hat noch gebrannt egal die kackwurst die brennt jetzt hier auch jetzt rass ich hier aus ja jetzt wird wieder ausgerastet bis zum ja mach mal yeah YOLO Modus hier mit der Schloffi ich meine halt nur ne kleine schutzverzögerung immer aber naja oh geh mir nicht auf den Sack weißt du was rammst du mich hä frisst das frisst Blei ups bin grad hoch geflogen weißt du warum hm ich war eine Frontiernebene so na ich steck doch mal endlich da steht bei dir Fox Fox ja 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 komm her 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 auch ich hab jemand anders schuss ich bin grad geflogen ich hab nur 8 kugeln hast ganz schön viel Moni verbraucht ne ja wum wohl meine Ahnung ich weiß das nicht er hat den vorteil jolo modus das ist das beste okay ich glaube wir öffnen nicht den sicherungskasten feuer sowas von herrlich um zu wenig so an mein schild hat doch eine fähigkeit drauf wenn man schild deaktiviert wir kriegen jetzt mal schaden mir war der eine verwicklung naja deswegen es kommt schon dran ja ja wohl noch herrschaft aber ja was hab schon ja hast du schon ich hab schon mal ein bisschen auf hier bitte ja tricks sicher keine so offen sagt das sind ja vorne weil wir das geld gestorben ist als sie tot war dann passt das feuer ja dann hast du mein vorteil wenn er kurz davor tot noch leben hat und du gerade noch feuer drauf oder hast du manchmal glück dass du da belebt ist manchmal trifft gar nicht irgendwie ich habe keine summe meinst ruhig eine pistole im inventar ist die erst mal wegkratze mich doch auch egal ist die idee zu schnell nach ach komm erne wird sagen ja ich hab's erledigt man hat mod ein weiteres aussehen da nichts mehr aufheben nicht nur du ich kann auch nichts mehr aufheben da kann ich auch nichts mehr machen alles klar soll wieder so weit laufen ja kann sein das ist die schrott hinder schrott habe ich wieder 100 munition passt doch okay halt stopp was denn was bietenkorb ich kann sie aufheben ich bin voll ich will ich hab's gefunden doch ich will wir haben nur noch das glaube ich so eher länder das sowieso alle dinge oder nicht wie alle dinge alle skins nein okay das war kann ich wieder eigentlich 60 dollar ja komm ja ja nehm mal mit oh mein ey das laufen wieder ne i'm walking ne 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 i'm walking schon fast nur eine stunde wieder oh jo das ist heftig eindeutig komm wir fahren jetzt hin komm wir fahren jetzt hin komm ich glaube jetzt ist das zu weit weg ja das ist vorne auf der ecke ah oh ne ehrlich 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 jetzt siehst du doch ehrlich jetzt nimm bitte hallo flieg k bye kristin hier in den zu dir locker bin hier ja und Vielen Dank.